Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Titan Quest Emerald Tornadon mit Freddy und ohne Hundis. Und mit Klängenvorstellungen. Wir haben die Servers gerade neu gestartet und jetzt sind die immer noch Level 13. 16. Okay, die sind genauso schlecht wie vorher. Warum? Wir sind einfach nur überlevelt. Es sind von Anubis Zorn. Ja, hab ich auch gesammelt. Hab ich glaub schon einen Zorn. Die sind immer noch todesschlecht ey. Okay, komm einfach durch. Achilles Tapferkeit. Entschuldigung. Achso, hab ich gar nicht mehr. Ich kühl die ganze Zeit drauf. Er geht auch mit, aber er hat das nicht auf. Er guckt's nur an. Oh schön, Chico. Ja, so gut. Ja, schlägt sich. Aber ich brauch doch. Ja, ich auch. Ich bin auch nicht gelevelt. ich war hier hin aber wenn ich erst mal nach rechts gehen weil hier waren wir noch nicht ich glaube um geht es weiter warte ja warte ich komme gleich okay jetzt hier noch ein paar neunsten wir sind ich glaube sie sind ein paar stufen gestiegen aber sind immer schlecht da wo ich bin geht es weiter du bist in der sackgasse du bist in der sackgasse wir wollen durch die sackgasse ich habe hier noch richtig viel offen da ist jetzt der kasse da kommst du also stürmt da ja ich das war so ausgeliehen mal her kratz den sand aus der bursche kassel aus der achse habe ich schon gut die stimmend euro muss akutischer großelben kuhlendisch durch so bockner der 44 rüstung mein rad mehr worauf bock wir auf die sache er auf die sache die die groß wird die wirklich groß oder und richtig anstrengend stimmt wahrscheinlich wird die wahrscheinlich wird niemand eigentlich wahrscheinlich wird da niemand mitmachen war keine formel welche weiß ich nicht nicht schon weggelootet bevor du da bist warte ähm geschmolzene sphäre 11% leben und 47% stärke okay dann nehme ich lieber 11% schaden 36% verbrennungsschaden für 3 sekunden 6% feuerschaden 6% schadenswiderstand 5% feuerschaden äh feuerwiderstand gar nicht mal so schlecht kann man nehmen kann man bumsen wie heißt die äh geschmolzene sphäre hört sich schon so feuer mäßig an ich muss auf jeden fall optifine noch in minecraft radern ja ich hab noch gar nichts drin ich auch nicht ich spielts auch noch weiter weißt was todesnervig ist was denn äh wenn man äh tiere zähmen will die laufen einfach nicht hinterher manchmal gehst du mit dem teil hin dass sie dir folgen wollen dann folgen die dir ein paar blöcke und bleiben einfach stehen und guck dich dumm an ja ich kenne das weil sie gehen nie dahin wo du willst die doch immer aus dem Gehege raus bei mir die Kinder kann nicht aus dem Gehege raus wenn ich mal kurz die Tür aufmache um zu züchten geht einfach also ich hab hier alle getrennt schon und geht ja für das dann geht einfach in den Kur aus dem Teil raus ja das ist normal müssen wir nach oben nach unten wir sind nur so viele nebenrauben noch die sind schon ein bisschen höher ich glaube langsam wirds besser mit dem Level mich juckt übrigens gerade der ganze Körper nice grüne weinsch- äh armsteen äh ich bin jetzt komplett alles grün nice bis auf meine also mindestens grün halt bis auf die Ringe diesen Gold noch Helm auch Helm ist auch grün er ruft jetzt bitte an aber kurz eine Pause machen ich kann ich jetzt hier vorhin ok ich bin grad gelevelt warte mal ich wollte jetzt gleich mal ist bestimmt Deto ist bestimmt Deto ja Deto ruft an der jetzt sagt mir ich bin Traitor gut wir müssen als zweites mal fahren ja meins ist voll ich geh mal kurz zum gehen wir hast du seine Nummer nicht eingespeichert ach so ich dachte du meinst du ich dachte du meinst du wirklich den Deto aus TTT äh ne der ruft auf Handy an einmal an vor allen Dingen weil du zuhause klingelt ja da geh ich gar nicht mehr ran vor allen Dingen wenn irgendwas ist er ruft dich irgendwie so so am besten Zeitpunkt er sagt einfach ja Spock-Fahrschutz machen nee eigentlich nicht hast du ey Jan du hast ja um 14.30 Uhr heute Prüfung ne komm und schau dir mal die Waren an hab ich auch so gesagt vor allem ich war ja noch arbeiten dabei Stärke 40 bla bla oh ich hab hier mal was gefunden was ich anziehen kann und was total schlecht ist das war voll gut alter äh willst du äh 52er ähm ähm Armschienen äh du hast keine 77 Stärke ich mal von äh 177 Stärke na ja die haben nämlich plus 16 Rüstung aber ich hab äh welche mit ziemliche Giftwiderstand Giftvergeltung und so'n Scheiß und Gift Schaden alter alter hier finden wir richtig gute Sachen ich hab 800.000 schon ja warte mal ähm ich hab hier jetzt grad ne 33er Beinschutz mit 15 Rüstung plus dadurch verliere ich aber ne 36er Beinschutz mit äh 87 Leben und 8% Minus auf alle äh Verringerwanderer Anforderungen gibts eigentlich keinen Healer oder so der nicht so direkt heilt das wär immer voll die gute Idee würde ich sagen so nicht statt einfach so Healer zu packen ja eigentlich schon zwei Ringe noch das sind meine Bestienruferringe das Spiel hat sich grad voll aufgehangen alter jetzt läuft's aber wieder ähm ich hab grad zwei blaue Wachen im Inventar welche? ja halt einmal Drescher und einmal den was du mehr hattest ist ja gut boah der ist schlecht alter ich muss nochmal kurz zur Kiste ich weiß echt noch nicht ob ich das mache was? die Beinschinen wechseln können wir langsam weiter? ich krieg so viel Rüstung plus ja warte mal kurz zum Händler dann das ist alles? und dann muss ich nur leveln ah scheiße wo bist'n du? wo ist der faule Junge? ah hallo ich warte hier okay da muss ich mich prügeln können ist hier irgendetwas womit ich mich prügeln kann jetzt ein paar Orks mitnehmen er soll sich verprügeln kann so kräftest du mehr ne ich gucke einfach was ich's gehen kann während du hast du ähm Wildschweinhaut hast du noch ne? hast du einen Außenpanzer? ne ne Außenpanzer hab ich nicht ja schade das braucht man für beschmolzene Sphäre was ist ein Außenpanzer? weiß ich nicht wie sieht denn der? ach stimmt, ich kann's nicht sehen die Arkanen formen sie übrigens 75.000 wert nicht 7,5 meine ist 7,5 wert die billige vielleicht hast du schon äh es gibt glattlich 75.000 bei mir ist äh Bernsteinflakon war äh 7,5 wert Bernsteinflakon warte steht zumindest bei Goldpreis bitte bitte schau doch mal komm, lebe wohl zu wenig ey das ist lächerlich sei einfach vorsichtig wo du deine Sachen hin tust Frösse hm, ich warte das ist nett von dir ich hab'n blaues Schwert ich hab'n grüne Schwert ich hab'n grüne Weinen grüne Bein äh, Armschie grüne ne, blaue Beinschie grüne Kette goldenen Regen goldenen Regen äh 834.000 ok, dann bin ich gar nicht mehr so weit von dir entfernt ich hab'n grüne Beinschie ich hab'n grüne Beinschie ich hab'n grüne Beinschie bin ich bei dir schon da bin ich bei dir schon da? ne, aber dein Portal ist schon weg jetzt bist du da ok ich bin noch gar nicht da ok, geh schon mal weiter ich hab'n grüne Beinschie ich hab'n grüne Beinschie ich hab'n grüne Beinschie aber auch wenschen in der you es in der ich bin noch es dieser Postkampf aus und wie ein bisschen und erlose endlich jetzt die Orte Nöder der Sünder was für Postkampf meinst du was ich verletzt Sto Koppel in der Stelle Kumpen gut dass ich nicht die agro hab ja ist wirklich gut wieso verletzt er dich ich hab die agro was du schon mal neben dem stinkenden käfer das ist wirklich so gut das war ekelhaft ich wollte ja keine formel haben ich habe nur vier sachen mit fünf sachen er ist erstmal einmal gut im looten was hast du für eine arcane formel irgendwas blitz warte 14 feuerwiderstand 14 prozent 8 prozent durchschlagswiderstand 12 geschicklichkeit 75 leben 75 energie recht schlecht was brauchst du dafür äh essenz von amundraus ruhm aalhaut und außenpanzer warte mal ich hab klamotten schlecht ich hab die schriftrolle gefunden ähm schlecht schriftrolle beschwörung ähm schlecht ähm schlecht du kriegst die schriftrolle die runtergefallen ist wie jetzt hier oben musst du die schriftrolle aktivieren meine ist auf die treppe gefallen und deine ist nach da unten gefallen hä meine lag da hier 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 meine bei mir ist die nach hier unten gefallen wo ich jetzt stehe ok bei mir lag die da oben drauf nice müssen wir jetzt die wieder abgeben oder glaube ich nicht ok bringen sie die zum nein wir müssen in die nächste stadt nach seiis ok dann würdest du mir ein heal geben du hast nichts mit deiner energie mit deiner energieverwaltung ne ne nicht wirklich ich achte da nicht drauf warum ist die aussichtshöhe ja aussichtshöhe wollen wir erstmal alle ok wenn du nicht wegläufst hätte ich getroffen ja du hast bei mir fast alle getroffen ich hab mir fast keinen getroffen boah mein hals juckt doppeltachs der wahrnehmung alter was ist das denn hier ok das spiel hängt grad bei mir jetzt nicht mehr äh schlicht ha ha schlicht wir haben die schriftrolle sogar dabei und die jetzt einfach hier irgendwo hinschmeißen sie weg ist das manchmal so dass du Prozent krokodilmenschen wo bist du hin ich bin nach unten gelaufen du warst gerade neben mir weil ich nie doch bei den Ausgräber zu nehmen du hast nach oben gelaufen als ich nach unten laufen wollte weil du gesagt hast wir sollen immer nach unten laufen ja ich hab da nur ich bin nur quasi die Dings gegangen an die haben an die Aussichtshöhe da was ist da bin ich nach unten gelaufen ok dann lass ich das mal nach unten ich hab grad übrigens ne grüne Klamotte gekriegt was denn Aufsehermantel ja gut weiß ich nicht hab keine Zeit gehabt nach zu gucken das ist was nur Sand schwingen ich zeig grad das war irgendwie äh ein krankes Gefieder oder sowas okay das habe ich gewonnen ob das denn die angezeigt wurde wird einfach alles läuft hier steht läuft Hauptsache gestern nach der Partie lief erstmal Whitehitty für dich nicht Whitehitty feed MCFitty lief nach Whitehitty nicht geht so ich fand ihre ich fand ihre etwas älteren also nicht die ganz alten Sketche sondern die etwas älteren so jetzt ein Jahr alten Sketche fand ich gut jetzt momentan gehen sie so in Massenproduktion es kommt ja momentan so wie ich das gesehen habe fast nur noch oder es ist für dich Prozent fast nur noch Asitiv vor so können wir auch zu tun also hast du es das finde ich nicht so lustig der erste Partei war lustig das hat sich nicht mehr ich finde es nicht roten schlecht aber doch alles war besser ja warum hat sonst die Mauer noch stand ich kann gerade kein Aussi sorry als Kronko sagte er dachte du bist ein Aussi oh das war so schlimm alter ein bisschen hat er geweilen Entschuldigung ich bin der Maxer das weiß aber noch keiner wer ich hab das im Let's Player noch nie gesagt jawohl ich hab's gesagt shit am geilsten war der Kommentar von Sarah Zag hey du solltest Let's Player werden ich denke mir so hey ich bin Let's Player danke warte mal kurz kannst du mir den Krokodiermantel angucken den ich anziehen kann wahrscheinlich willst du mich heilen ja wo ist der ach da ach du scheiße Stärke 86 186 Rüstung 68 brauchst du den eigentlich schon aber ich kann ihn nicht anziehen ich schon hast du dafür was für mich ich hab nur ne 40er Rüstung äh wie viel stärker hast du 143 nein dann nicht shit ok hier liegt er ich will mal sehen wie du damit aussiehst genialst das ist für Sturm Nibus das ist ne Sturm Klasse das ist du ok ich werd grad festgehalten übrigens kann ich verstehen ok dein ernst so ich sag dazu jetzt mal nichts ne hier ist auch ne Höhle war hier oben noch was ja ja hier gehts glaub ich weiter ja in der Höhle wahrscheinlich nein ich glaub hier oben gehts weiter weil da Fackeln sind ok ich hab grad irgendein komisches Geräusch auf dem Ohr das finde ich so komisch atmen links das war richtig lustig Aua lass das bitte dankeschön ja dem war ich gerne naja eins auf der Kommentar Zelle das ist doch im Osten und ich denk mir nur so ganz knapp nicht also wirklich ganz knapp nicht ich mein wenn ich jetzt aus Leipzig gekommen wär ok das wär ja im Osten gewesen aber ernsthaft wir sind doch nicht im Osten ja wir sind Westdeutschlands äh Edite wir sind Norddeutsch wir aus Norddeutschland ich hab ins Karabäus in die Luft eingefroren weint der jetzt? ja und der blutet was war das da? aus dem Panzer ja hab ich mir schon fast gedacht das war so ein sieht aus wie ein Schildkrötpanzer nur mit Stacheln oben drauf ja was bringt der? weiss ich noch nicht hab ich nicht drauf geachtet mh der bringt äh Durchschlagswiderstand ich hab überhaupt keine guten Klamotten mehr ich muss dringend mehr Stärke skillen ey ich nicht ich hab 92 Stärke ich bin zufrieden 192? ich hab nur 143 ja bei mir ist doch einiges durch äh äh Rüstung? ja ja bei mir nichts mehr ich hab warte ich kann mal gucken ich hab meine Rüstung macht nur Rüstung plus meine Waffe macht sowieso nichts plus äh meine Ringe machen Begleiterschaden mein Helm macht auch Rüstung plus mein Ring macht Stärke der eine ja hier gehts übrigens wieder raus oder so sag ich ja da gehts weiter ne das sieht auch aus wie so eine kleine Ausgiftplattform nur ok was seid ihr denn? was ist denn da? Bühnenräuber ah die sind ein bisschen anstrengend voll die Lappen aber ich kriege in letzteren übertrieben viel Schaden hier Giftschaden? bist du nicht so resistent gegen? ein Giftschaden hat 55% Resistenz okay meine Maus hängt gerade extrem man konnte übrigens grad sehen wie spät es ist was ist schon 18 Uhr? ne 17 Uhr ok kann ich schon sagen die sind irgendwie ziemlich schwach hey ich hab dich irgendwas ne Dings überleg wo 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 ist das Spiel abgestürzt? ja nein wieso boah weil ich grad den übersten Lag hatte ja meine Arm sind richtig scheiße fällt mir grad auf warum? die machen mir Lebenseinzug wie ist das denn? ja keine Ahnung die entziehen mir Leben das ist ja wirklich so wenig das ist ja verrückt fast die haben die geben mir minus 3.0 Lebensanzug das ist schlecht ich weiß egal jetzt hab ich welche mit 48 Rüstungen und 16 Rüstungen also 64 Rüstungen mhm Hauptsache meine Arm stehen sind noch irgendwie bei 30 ja 38er Primer nice ähm dann würd ich sagen ich hoffe euch hat der Part gefallen äh wie gesagt inzwischen sollte ja das draus sein oder? äh was das Projekt? das große naja jedenfalls wenns draus ist es ist geil tschüss Freunde das ist voll scheiße eigentlich jo dann haut rein bis zum nächsten Mal tschau tschau